Das Schiff wird's nicht mehr lange machen. Der Virus darf auf keinen Fall ins Meer gelangen. Wir haben die Queen Samaramis durchsucht. Ich glaube, ich weiß, wo das Labor liegt. Wir machen uns auf den Weg. Gut. Ich werde versuchen, den Untergang zu verzögern. Jessica, kommst du mit? Ja. Tja, ein freundschaftlicher Partnertausch sollte uns auf Trab halten. Verstanden. Wir kümmern uns um den Virus. Ihr verschafft uns Zeit. Okay. Jill, die geht über Ei. Sogar unter Wasser. Das sollte die Dinge aufhalten. Danke, Chris. Ach ja. Ich habe die möglichen Standorte für das Labor markiert. Pff. Er versteht's einfach nicht. Was für ein Langweiler. Vielleicht ist er vergeben, Jessica. Oder hat er einfach nur kein Interesse. Dann war alles Raymonds Werk? Nein. Ich glaube, wir kennen nur die halbe Wahrheit. Wirklich? Weil dieser Mission ergibt vieles noch keinen Sinn. Stimmt. Zum Labor. Ähm. Mal auf die Karte schauen. Runter. Und dann da rein. Also hier runter? Und dann da rein. Was war das? Ach ja. Ach, da schwimmt so ein... So ein scheiß Fisch rum. Egal. Ich bin noch nicht am sterben. Also. Er zwei sachte. Schnell. Durch den Killraum geht's zum Labor. Okay. Gibt's hier Gegner? Vorsicht. Im Wasser wimmelt es vor Infizierten. Verstanden. Wie viele von diesen Impuls-Dingern habe ich denn eigentlich? Fünf! Okay. Ah, Mann! Hab ich jetzt... Hab ich eine benutzt? Ach, egal. Schleich mich lieber an den vorbei. Badge pro Schlüsselkarte. Okay. Jawoll. Aber ich hab keine Magnum. Hab ich die irgendwo... ...gegengelassen? Jawoll. Stirb. An den Puls. Ich merke gerade, ich sollte vielleicht auftauchen. Was war hier? Boah. Das war gerade knapp. Mir ging nämlich so... ...eben ein bisschen mal die Luft aus. Aber nur ein bisschen. Warte mal. Ist da auch schon gut da hin? Aber hier, ja. Hier geht's weiter? Und hier die Tür rein? Tür klemmt. Die andere Tür. Die klemmt bestimmt nett. Was ist das denn hier für ein Scheiß? Na, ich denke mal, ich muss hier hoch, ne? Das Labor ist gleich da vorne. Was war das? Was? Das Labor ist gleich da vorne. Ganz ehrlich, ich hasse diese Art vom Gegner. Die so schwimmen. So schnell kann ich nämlich die Impulsgranate nicht verwenden. Ach, einfach den folgen. Der schwimmt ja schon voraus. Jawohl. Tatsache. Oh, jetzt kommt einer meiner Lieblingsteile. Oh, nein. Oh, nein. Wenn die wirklich... Oh, ich hasse das. Nein, 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 nein. Jetzt kommen Gegner... die ich hasse. Was ist das? Lässt sich nicht öffnen, ist auch scheißegal. So eine Art Ruheraum, ha? Fingerabdruck-Registrierung fertig. Im 3DS ist das übrigens viel geiler. Ich glaube, ich hole mir noch die Wii U-Version. Ganz ehrlich. Denn das mit dem Fingerabdruck registrieren, da muss man wirklich seinen Finger draufhalten. Und ich glaube, das Spiel registriert wirklich deinen Fingerabdruck und dann kannst du... Ja, das Spiel. Sozusagen nur noch allein durchspielen, wenn jemand anderes den Fingerabdruck benutzt. Das ist sozusagen Arschrate, glaube ich. Illegal ist hier, oder? Der Sterilisationsraum einzeln. Was ist? Sterilisationsraum. Dekontaminiere. Bitte warten. Gut. Was zum... Oh. Das ist das Gagel-Minu. Au. Million oder was auch immer. Keine Ahnung. Au. Hilf mir. Chris. Kann ich den nochmal scannen? Okay. Oh, das war knapp. Und... Ja komm mach ihn, fertig Haha, vallee Wow Töte Jawoll Jawoll Weg hier Schnell Boah Nix ist okay, ich bin halt tot, alter Alter, ne Magnum Die brauch ich jetzt Wenn noch so ein Vieh kommt, den bash ich mit ner Magnum weg Ich hab aus dem 38 rausgeholt Na super Die muss ich scannen, solange ich noch kann, ne? Scheiß Drecksviech Das Licht hier Achso Nee Ich will die Vork Ich will nicht sterben Bitte Mach, dass es aufhört Dieser Schmerz Alter Leck Die Hork Ist hoffentlich schmerzhaft für die Krieg ich aber zu spät, denke ich mal Also Hab ich zu spät bekommen Aber ich hätte noch in dem Raum rein Und wahrscheinlich den Typen da Ach du Scheiße Oh, ich kann die Atmosphäre nicht einfahren Wozu diese Anlagen auf einem Kreuzfahrtschiff? Ganz einfach Das ist die perfekte Tarnung Du hast recht Ich hoffe, wir finden heraus, was hier vorgeht Ja, hoffentlich Wow Noch 2% Komm Noch 2% Der Virus muss irgendwo hier im Forschungsbereich sein Also das ist das Geheimnis der Zenobia Ich habe überlebt Episode 8 zu Ende Wow Schon mal gut Bis auf einen Detail Aber ich habe S-Ram Was ich sehr gut finde Tja Und somit Endlich den Part Für heute Und wir sehen uns Bis zum nächsten Mal Bye Bye Euer Sminita Bye 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 Vielen Dank.